Musik 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 Freundlichkeit, Kreativ und Herzlichkeit Die drei Jahre waren aufregend, egal in welcher Abteilung, ob auf Etage, im Service oder im Verkauf. Das Kennenlernen aller Abteilungen ermöglicht eine umfassende Wissensvermittlung. Somit bist du nach deiner Ausbildung in der Lage, den Gast in allen Belangen zuvorkommend und hochwertig zu betreuen. Natürlich sollten dich gute Umgangsformen sowie ein freundliches Auftreten auszeichnen. In der Küche kommt es vor allem auf ein großes Interesse am Umgang mit frischen Lebensmitteln und eine gute Portion Kreativität und Flexibilität an. Wer einmal reinschnuppern möchte, ist herzlich eingeladen. Vielleicht ist die Ausbildung ja auch was für dich. In einem Praktikum bei uns in der Küche kannst du einen ersten Einblick gewinnen. Bis bald. Hotelfachmann, Hotelfachfrau Voraussetzung sehr guter Realschulabschluss oder Abitur Ausbildungsdauer drei Jahre Koch, Köchin Voraussetzung Realschulabschluss oder guter Hauptschulabschluss Ausbildungsdauer drei Jahre Avivierung Ausbildungsdauer 3 inappropriate Quốc,ótotor Hochhä no Musik Musik Musik